Also, Michelle Fichtner, Janet Weiss und ich bin Jonas Hein und ich spiele Red Majors. Und wir zeigen euch jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Rocky Horror Show. Nachdem Janet den Blumenstraß gefangen hat. Ja, auf einer Hochzeit. Na, Brad, war das nicht wundervoll? LaBette, nicht unglaublich hübsch aus? Es kam, glaube ich, vor einer Stunde war sie einfach nur Betty Monroe. Und jetzt ist sie Mrs. Rob Hebschott. Ja, Janet, Ralph ist ein echter Glückspilz. Jeder weiß, dass Betty eine verdammt gute Köchin ist. Und Ralph ist auch in ein, zwei Jahren reif für eine Beförderung. Hey, Janet. Willst du mich heiraten? Sag's!